Die Straßenrand, denn sie sind geliebte Gäste ihres Herrn. Wenn die Heiligen ersammeln aus den Völkern und den Stämmen, wir dann stehen voll erstaunen vor dem Thron seiner großen Herrlichkeit. Die Geuner sind geliebte Gäste ihres Herrn, und dem Heiland bringt der Schmerzen voller Lohn. Nach so lange in der Irre ward vom Vaterheim gebracht, alles Jubel über den verlorenen Sohn. Wenn die Heiligen ersammeln aus den Völkern und den Stämmen, wir dann stehen voll erstaunen vor dem Thron seiner großen Herrlichkeit. Lasst uns heute mit der Botschaft, die uns Jesus anvertraut, retten will der Gelbe, Schmerze, Weiß und Traun. Wie er hat sein Blut vergossen, komm, nimm diese Botschaft an, dann wirst du für ewig deinen Heiland schauen. Wenn die Heiligen ersammeln aus den Völkern und den Stämmen, wir dann stehen voll erstaunen vor dem Thron seiner großen Herrlichkeit. Wächtest du?